So, jetzt mache ich eine neue Route mit der 45er-Karte. Das, was ich letztes Mal hier gemacht habe auf Anfrage, das war die Route mit der 46-Karte. Jetzt mache ich eine Route mit der 45-Karte. Ich mache was Leichtes. Ich nehme hier die erste Route, wo ich hier wohne und will runter zum Kieler. Okay, ich kann auch hier runter gehen von, ja, ich gehe hier die Route von Mullerob, wo ich wohne. Augenblick, ich muss das Ding wieder hier stellen, wo ich wohne. Ich wohne hier in Mullerob. Mullerob auf Schelland. Gut. Neue Route. Gut, setze ich hier draußen. So. Und jetzt dauert es wieder. Augenblick. So. Das ist ja grün. Gut. Jetzt gehe ich runter, so da, wo wir alle hingehen im Sommer. Das ist so beliebt, das nennen wir die tropischen dänischen Inseln. Hier unten, das dauert ungefähr hier bei Schwennburg. Und das ist nicht Problemwasser. Hier gehe ich rein. Ich nehme es hier, das ist leicht. So. Mal sehen, wie er das macht. Das war Korte 45 jetzt. Das sind 36 NM. Gut. Auto to dock. diese Route. Das andere, das war der Fluss 6 SM. Das ist ein bisschen. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist ... Das ist ... Das ist so. und jetzt sage ich nicht so viel, weil was soll ich sagen, hier ist nicht mehr viel zu sagen ich glaube hier ist was völlig nicht in Ordnung ich habe das ja mit zwei Karten jetzt, die eine Karte habe ich in Dänemark gekauft, die 46 bei Navionics in Dänemark, so 6-6 voll hat ein bisschen länger gedauert das waren ja auch 36 NM habe gedrückt ja das dauert, ich sage nicht, ich sitze hier und ich rauche auf meine E-Zigarette ich habe aufgehört zu rauchen Zigaretten vor 4 Jahren jetzt habe ich eine E-Zigarette deshalb ist so ein Ton und mein Hund liegt hier ja, ich erzähle nur ein bisschen so was um mir herum passiert so dass ich nicht mehr und mehr irritiert werde weil das geht so und so der stoppt wieder ja das war Video 2 von Freitag den 15 gut, ich lasse ihn jetzt an dann machen wir noch was machen wir noch die Dritte dann machen wir 3 so dass ihr es sehen könnt das startet er wieder gut, ich stoppe ihn jetzt gut 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 gut